Als Frauenkreis bezeichnet man, wenn Frauen zusammenkommen, sich im Kreis begegnen, sich austauschen und insbesondere gibt es schamanischer Frauenkreis, wo also nur Frauen da sind und gemeinsam spirituell praktizieren. Bei Yoga Vidya haben wir Seminare, bei denen das Wort Frauenkreis im Titel ist, zum Beispiel Schamanischer Frauenkreis, wo also Verbindung mit Mutter Erde aufgenommen wird, Verbindung mit Feinstoffwesen, Verbindung mit der Tiefe der Seele und wo Frauen sich gegenseitig inspirieren, Frauen sich gegenseitig Kraft geben, wo die Frauen auch in schamanische Reisen geführt werden, Naturerfahrungen machen an Kraftorten, in Bad Mainberg zum Beispiel mit externen Steinen, mit Bäumen und so weiter. Natürlich gehören zu den Seminaren Frauenkreis bei Yoga Vidya immer auch Meditation, Mantra singen, Satsang mit Yoga-Stunden und so weiter. Wenn du mal Frauenkreis erleben willst in einer geschützten Asmosphäre, geh doch zu Yoga Vidya auf yoga-vidya.de-seminar, gib dort ins Suchfeld ein Frauenkreis und dann wirst du das ein oder andere Seminar finden.